Herzlich willkommen zurück. Heute surrt mal wieder der Motor bei GMBN auf Deutsch, denn wir beschäftigen uns heute mit der Frage, muss man ein E-Bike anders einstellen als ein akustisches Fahrrad? Wisst ihr, ich glaube, die Gruppe der E-Bike-Nutzenden spaltet sich massiv in zwei Lager. Auf der einen Seite haben wir die Leute, die sich ein E-Bike als drittes, ach was, viertes Rad gekauft haben. Die machen jeden Service selber, die schweißen das Fahrrad notfalls auf den Trail wieder zusammen, Chuck Norris-Style. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch die Leute, keine Ahnung, da fährt der Sohn, die Tochter vielleicht ganz gerne die Berge runter. Und es gab irgendwie günstig eine Möglichkeit, sich so ein E-Bike über Jobrad oder sowas zu organisieren. Vielleicht wollt ihr auch einfach nur mehr in die Natur wieder raus, keine Ahnung, ein bisschen fit werden. Alles total legitime Gründe und wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch, mit dem die MTB-Community größer wird. Natürlich ist die zweite Gruppe jetzt nicht ganz so erfahren wie die erste Gruppe. Ist ja klar, da ist einfach die Erfahrung und so weiter noch nicht da, aber das ist kein Problem. Und das Spannende ist jetzt aber bei E-Bikes, da gibt es eine Fragestellung, bei der, glaube ich, beide Gruppen total in die Röhre schauen. Und da geht es nämlich darum, wie stellt man das Fahrwerk eines E-Bikes richtig ein. Und gefühlt gibt es da noch gar nicht so viele Informationen im Internet dazu. Klar, es gibt dutzende Videos zum Thema Grundsetup und ich werde da auch gleich nochmal im Schnelldurchlauf mit euch durchgehen. Aber inwiefern sich so ein Moped hier vom normalen Fahrrad unterscheidet im Hinblick auf Fahrwerk, da gibt es wirklich noch nicht viel. Und da werde ich heute mal meinen Take-toe abgeben. Zuerst aber der versprochene Schnelldurchlauf. Ich gebe mir mal 90 Sekunden. Erstens, wir beginnen mit dem Säck oder zu deutsch auch Negativ-Federweg. Beim Luftfahrwerk könnt ihr den ganz einfach mit einer Dämpferpumpe durch mehr oder weniger Druck im jeweiligen Federelement einstellen. Um euren Säck zu messen, stellt ihr euch in eurem Riding-Outfit auf das Rad, ruft einen Freund herbei, der das Rad festhält, federt ein paar Mal ein und lasst dann euren Freund den Ring an Gabel und Dämpfer herunterschieben. Jetzt steigt ihr vorsichtig ab und rechnet den Säck mit folgender Formel aus. Distanz, Dichtung bis Ring geteilt durch den Federweg mal 100. Im Gravity-Bereich fahren wir mit mindestens 20% Säck. Solltet ihr darunter liegen, nehmt gerne ein bisschen Luft aus der Gabel raus. Wenn ihr bei weit über 30% landet, solltet ihr euch fragen, ist es wirklich sinnvoll so weich zu fahren. Dazu später aber mehr. Zweitens, jetzt gilt es die Zug- und Druckstufe bzw. auf Englisch Rebound und Compression einzustellen. Der Rebound bestimmt, wie schnell euer Fahrwerk wieder ausfedert und in der Regel kann man am besten die Einstellung für die jeweilige Federhärte oder den entsprechenden Luftdruck auf den Federelementen selbst oder auf der Website des Herstellers herausfinden. Dasselbe gilt übrigens für die Compression. Falls ihr keine Einstellungsvorschläge findet, zählt einmal die möglichen Klicks eurer Gabel und stellt den Rebound auf die Mitte ein. Dann testet ihr auf einer für euch gewöhnlichen Strecke in beide Richtungen, was sich besser anfühlt. Genauso geht ihr jetzt auch bei der Compression vor. Mit der Druckstufe stellt ihr ein, wie schnell das Fahrwerk einfedern soll. Steht eure Gabel komplett auf Minus, spricht man von einer offenen Compression und ihr federt quasi nur auf der Luftkammer oder auf der Stahlfeder. Je weiter ihr zudreht, desto mehr Dämpfung wird hinzugeschaltet. Okay, Zeit ist um. Theoretisch gibt es jetzt noch das Thema der Volumenspacer, zumindest bei Luftfahrwerken. Ist aber ein bisschen komplexer, deswegen schaut euch da einfach mal das Video auf unserem Kanal dazu an. Wird gleich nämlich noch relevant. Ansonsten haben wir auch noch ein längeres Video zum Thema Grundsetup. Auch da gerne mal vorbeischauen. Jetzt aber wieder zur großen Frage. Warum muss das Fahrwerk eines E-Bikes anders sein, als das eines normalen Mountainbikes? Und dafür muss man sich erstmal vergegenwärtigen, was so anders ist an einem E-Mountainbike als bei einem normalen Fahrrad. Wir haben jetzt hier einen Canyon Spectral On. Das wiegt ungefähr 23 Kilo und das meiste Gewicht davon ist hier unten und hier verbaut. Und das ist eigentlich sogar ganz gut, weil dadurch wird unser Schwerpunkt von diesem Rider-Bike-System ein bisschen nach unten und ganz leicht nach vorne gezogen. Und tieferer Schwerpunkt bedeutet im Endeffekt einfach mehr Grip, mehr Laufruhe und deswegen nehmen wir das dankend erstmal mit. Und so, konzentriert man sich also auf das Rad, haben wir jetzt an Unterschieden erstmal nur das Mehrgewicht und den veränderten Schwerpunkt. Dazu kommt natürlich noch der Motor, der für ein bisschen konstantere Kraftübertragung beim Pedalieren sorgt. Muss man jetzt wegen des Mehrgewichts das Fahrwerk ändern? Ja, definitiv. Wenn wir 5 bis 10 Kilo mehr haben, müssen wir definitiv, um denselben Säck zu behalten, ein bisschen die Federhärte anpassen oder ein bisschen mehr Luftdruck reinpumpen. Das ist also mal so weit so klar. Dann haben wir als nächstes den Schwerpunkt, müssen wir deshalb jetzt das Fahrwerk verändern. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig und aber auch spannend, weil nur wegen des Schwerpunkts müssen wir jetzt eigentlich das Fahrwerk erstmal nicht großartig anpassen. Die Frage ist aber eher, müssen wir unser Fahrwerk anpassen, weil der Schwerpunkt, der veränderte Schwerpunkt, unser Riding verändert. Und müssen wir vielleicht das E-Bike-Fahrwerk auch anpassen, weil die anderen Charakteristika des E-Bikes eben unser Fahrstil ändern. Und ich denke, ein paar Sachen kann man da feststellen. Erstens, auf dem E-Bike fährt man mehr technische Abhills, das heißt, man verbringt mehr Zeit im Sattel in ruppigen Sektionen. Zweitens, so ein E-Bike schiebt massiv an beim Bremsen und das ist viel mehr als ein normales Fahrrad. Und das merkt man vor allem daran, dass vor allem die Gabel beim Bremsen ziemlich schnell zusammensackt. Drittens, und ich denke, da können mir alle Leute zustimmen, die schon mal den Akku leer gefahren sind, auf so ein E-Bike, auf Trails zu bewegen, ist einfach viel, viel anstrengender, als es beim normalen Fahrrad der Fall ist. Das heißt, man muss einfach im Oberkörper, in den Beinen, eigentlich im ganzen Körper, einfach mehr körperliche Arbeit leisten. Und viertens, und das mag nur ich sein, aber für mich fühlt sich das Rad wegen dem tiefen Schwerpunkt einfach und auch dem Mehrgewicht ein bisschen stabiler an. Und oftmals fahre ich selbstbewusstere Linien, als ich das auf einem vergleichbaren Enduro-Bike machen würde. Ich denke, daraus kann man dann ein bisschen schließen und ich weiß, dass es zumindest bei vielen anderen Ridern der Fall ist, bei mir definitiv, dass ich auf dem E-Bike, wenn ich in der Freizeit damit unterwegs bin, in so einer Art Panzermodus schalte. Das heißt, ich lasse das Fahrrad ein bisschen mehr machen, ich versuche irgendwie ein bisschen weniger mit dem Trail zu arbeiten, rolle einfach drüber und ich gehe ein bisschen mehr auf Konfrontation mit dem Trail, kann man glaube ich sagen. Genauso gibt es am E-Bike aber die Leute, die nicht wie ich versuchen, über eine Akkuladung so viele Trails wie möglich mitzunehmen. Nein, die wollen einfach 45 Minuten in den Wald gehen, alles raushauen, was irgendwie geht, die pressen das Rad in jede Kurve, senden jeden Sprung ins Flat und sind damit super glücklich. Und dann gibt es auch noch die Gruppe, die sich über das E-Bike einfach als Transportmittel erfreuen, vielen die Natur wollen, viele Waldwege fahren und wenn ein, zwei Single Trace dabei sind, dann sind die glücklich. Natürlich brauche ich für jede dieser Nutzungsvarianten völlig unterschiedliches Setup. Und dann gibt es ja auch noch die verschiedenen Fahrräder. Wenn ich zum Beispiel ein E-Bike habe, das eher konservativ angelegt ist, vielleicht eher für Touren gedacht ist und so weiter und so fort, dann muss ich da, wenn ich mit dem Vollgas fahren will, ein völlig anderes Setup reinhauen, als ich das auf einem E-Bike müsste, das ohnehin schon für Vollgas ausgelegt ist. Wenn ich zum Beispiel dieses E-Bike mit der konservativen Geo habe, würde ich zum Beispiel versuchen mit mehr Säg zu fahren, im Dämpfer, ein bisschen mehr Progression, einfach weil ich dadurch hinten immer ein bisschen tiefer im Rad stehe, dadurch geht der Lenkwinkel ein bisschen flacher vorne und ich hole noch das letzte bisschen Grip aus dieser wenig aggressiven Geo raus. Wenn ich jetzt in die Panzerrichtung gehen wollte, würde ich versuchen den Anfang bzw. bis zur Mitte des Federwegs relativ soft zu gestalten, sodass ich die kleinen und mittleren Schläge eigentlich gar nicht mitbekomme. Aber ich würde trotzdem noch ein bisschen Endprogression einbauen, einfach, dass ich noch ein ordentliches Safety Net habe, falls mal dicke Einschläge kommen. Wie bekommt man das Ganze jetzt hin? Relativ einfach, wir hauen ein paar Volumen Spacer rein, relativ wenig Luftdruck, relativ wenig High Speed Compression und schneller Rebound. Klappt super, hat allerdings den Nachteil, dass das Rad beim Bremsen relativ schnell zusammensackt. Ihr seht schon, man braucht auf dem E-Bike auf jeden Fall ein anderes Setup und ein Teil dessen hat einfach damit zu tun, dass das Fahrrad schwerer ist. Es gibt zum Beispiel auch einen guten Grund, warum die Standrohre von E-Bike Gabeln in der Regel ein bisschen dicker sind als normalen Fahrrädern. Es ist nicht nur Marketing-Sprech und andere Komponenten des Setups haben damit zu tun, dass ihr das E-Bike einfach völlig anders nutzt, als ihr ein normales Fahrrad nutzen würdet. Das Gute für euch, auf dem Weg zu eurem perfekten Setup müsst ihr genau dieselben Schritte machen, wie das auch beim normalen Fahrrad der Fall wäre. Also pro Abfahrt irgendwie eine Einstellung ändern, aufmerksam fahren, das Ganze aufschreiben und immer weiter testen. Wenn ihr euer E-Bike so fahren wollt wie die Profis in der E-Bike, dann testet ihr am besten auf Zeit, das heißt mit GoPro. Und wahrscheinlich befindet ihr euch eher auf der strafferen Seite der Setup-Präferenzen. Wenn ihr einfach nur Spaß haben wollt, dann messt ihr am besten unten einmal euer Grinsen und schaut, wie anstrengend das Ganze war. Ich bin mir sicher, ihr kriegt das Ganze hin. Ansonsten schreibt mir gerne mal eure Präferenzen in die Kommentare, das würde mich total interessieren. Ich habe im Voraus mit ein paar Leuten telefoniert und da waren die Unterschiede, was E-Bike Setup angeht und die Präferenzen wirklich gigantisch groß. Deswegen habe ich euch jetzt hier auch keine super konkreten Tipps gegeben. Schreibt mir auch gerne mal eure Probleme in die Kommentare, vielleicht kann ich da dem einen oder anderen helfen. Auch das würde mich natürlich freuen. Und wenn es sonst nichts mehr gibt, freue ich mich über ein Like. Wir freuen uns über ein Abo. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Fahrradfahren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.